Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio in unserem lustigen Modpack. Und ich wollte mich informieren, wie das Ganze hier mit Factorissimo funktioniert. Und ja, es ist total kompliziert. Wir haben hier jetzt ein begehbares Gebäude. Ich schlüpfe nochmal rein und nochmal raus. Und wir können hier in diesem Gebäude eine Produktionsanlage bauen. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Das wird richtig cool. Und ja, hier so eine Anlage zum Beispiel sollte sich dann auch in so einer Lagerhalle bauen lassen. Da gibt es drei verschiedene Größen von. Und man kann sogar Lagerhalle in eine Lagerhalle reinbauen. Das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Aber wir haben so definitiv die Möglichkeit, sehr viel Platz zu sparen. Und wenn wir eine Anlage haben, wie zum Beispiel diese hier, die wir ganz gerne zwischendurch mal an einen anderen Ort bringen wollen. Wann funktioniert hier nichts? Wann passiert hier nichts? Genau, die Info habe ich nämlich noch bekommen, dass hier ein Greifer fehlt. Danke dafür. Und der Flammenwerfer ist fertig. So, nee, was ich damit sagen will, ist, wenn wir zum Beispiel so eine Produktion haben, die wir jetzt schon mal umgezogen haben. Wenn wir die in so einem Fabrikgebäude aufbauen und dieses Fabrikgebäude abbauen, dann bleibt alles da drin, so wie es ist. Das heißt, wir können Produktionsstätten dann quasi von A nach B verlagern. Und wir können zum Beispiel eine Produktionsstätte irgendwo vorbereiten, abreißen und dahin stellen, wo sie hingehört. Also da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und wir gucken jetzt mal, was brauchen wir denn für Flammenwerfer. Wir brauchen Motoreinheit, Eisenrohr, Stahlträger und Eisenzahnräder. Und das Ding kann, ich würde da gerne mal einen von bauen. Motoreinheit, dann gibt mir Motoreinheit. Motor, 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 Motor. Benötigtes Material, Eisenzahnrad, Eisenrohr und Stahlträger. Ja, das kriegen wir doch hin. So. Unsere Stahlproduktion ist hier. Da machen wir uns jetzt mal Ölprozessen, Gedöns, tralala. Wir brauchen mehr Flüssigkeitsgedöns. Was haben wir denn noch? Architektur 2. Tore. All Steam Cracking. Das könnten wir mal machen. Forschen. So. Wir machen uns jetzt erstmal eine kleine Motorenproduktion. Oh, ich bin gerade auch mal überlegen, wo. Mach mal. Und da haben wir auch nichts. So. Dann gucken wir noch mal. Wir haben hier auf jeden Fall Eisenplatten und Eisenzahnräder. Dann könnten wir hier vielleicht mal was produzieren. Also die grundsätzlichen Sachen. Na, kommt schon. So. Jetzt nehmen wir hier einen Greifarm. Der kriegt auf jeden Fall schon mal Eisenzahnräder. Und du sollst bitte produzieren Motoren. So. Dafür brauchen wir Eisenrohre und Stahlträger. Das heißt nun, das machen wir dann mal hier hin. Eisenrohre. Eisenrohre. Genau. Diese Richtung und diese Richtung. Und auch einmal Strom bitte. Wir haben schon wieder keine Strommasten. Was ist das? Was soll das? Das ist ja irre. So. Und wir haben ein weiteres Forschungsziel abgeschlossen. Washington Elektrolyse 2. Ist es nicht. Hydrorefining. Das geht eher so in Richtung Erz. Wir gucken jetzt mal, dass wir in Sachen Öl einiges bekommen. Slack Processing 2. Schlacke. Wollten wir uns auch noch drum kümmern. Hm. Dann gucken wir mal, was wir in Richtung Roboter haben wollen. Bauroboter. So. Das heißt, die nächste Forschung, die wir in der Richtung brauchen, ist Basic Chemistry. Forschung. Hier haben wir zwei von drei Teilen, die wir für die Produktion brauchen von unseren Motoren. Hier kommt erstmal ein bisschen Stahl rein. Und wir machen uns eine Kiste, wo dann quasi unser Endergebnis drin landet. Und da. Zack. Und. Äh. Da. So. Wir produzieren uns unsere ersten Motoren. Und die brauchen wir dann auch ganz dringend für die Flammenwerferproduktion. Wir gucken gerade nochmal. Ähm. Wir brauchen immer fünf. Und auch jede Menge Stahl. Das heißt, wir müssen unsere Stahlproduktion irgendwie in den Griff kriegen. Dafür brauchen wir mehr Eisenerz. Und für mehr Eisenerz. Und hier wandert welches rüber. Da wandert welches rüber. Wir gucken mal gerade, wie hier der Prozess läuft. Der läuft eigentlich gut. Wir könnten eigentlich nur mehr Erz vertragen. Und wir forschen weiter in Richtung Flugbauroboter Gedöns. Weil die hätte ich nämlich gerne relativ bald. Auch wenn das noch ein harter Weg wird dahin. Ähm. Da sind sie. So. Nächster Schritt. Und wir brauchen Elektrolyse 2. Und wir gucken mal, ob wir hier vielleicht irgendwie ein bisschen was beschleunigen können. Und wir müssten auch mal gucken, ob wir hier. Ja. Mehr Erze kriegen wir auf jeden Fall hier. Die hier können wir wegmachen. Die können dann an anderer Stelle Platz nehmen. Und wir bekommen natürlich auch ein großes Problem, wenn hier dieses Feld dann mal abgeerntet ist. So. Mehr Eisen für uns. Da noch eins hin. Zack. Und hier noch ein, zwei Strommasten hin. Einfach nur, damit es da funktioniert. Also dieses Erzvorkommen wird nicht mehr lange halten, gehe ich mal von aus. Und warum geht es hier nicht weiter? Weil es in der Richtung nicht weiter geht. Und was produzieren wir hier überhaupt? Wir sind hier Zugange in Sachen. Das ist Nickel-Erz. Ah, das ist unsere Bleiproduktion. Die müssten wir auch mal wieder in Gang kriegen. Das geht aber nur, wenn wir hier unseren Steinabfall mal woanders hinbringen. So funktioniert es doch. Okay. Und das muss nämlich darüber eigentlich in dieses Warenhaus da hinten. Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. So. Und da haben wir wieder das Problem, dass wir hier nicht genug Underground-Belts haben. Zack. Einmal darüber. Das ist zwar nicht die schönste Variante, die man machen kann, aber wir bekommen jetzt wenigstens wieder ein bisschen Blei. Und wir sammeln uns hier Nickel-Erz, wo wir noch gar keine Verwendung für haben. Aber so stellen wir zumindest Bleiplatten her, weil unsere Lötmaterialproduktion da jetzt quasi wieder zum Erliegen gekommen ist. So, da haben wir noch ein bisschen Blei. Das kann weg und das kann weg. Wenn man dazwischendurch immer mal wieder was abreißt, dürfte das dann auch nicht mehr so... Oh, das ist voll. Hm. Lötligierung haben wir ein bisschen. Können wir gerade mal da hinten abladen. Und weiter geht's in der Forschung. Bauroboter wären das Nächste, was ich gerne hätte. Damit wir Silicon Smelting forschen. Wir werden Silizium brauchen. Das wird interessant. So, unsere Lötzinn-Versorgung. Ah, okay. Hier wird nichts nachgelegt wegen Harz. Das ist okay. Da haben wir auch genug Lötenmaterial. Das sollten wir dann per Kiste noch da dazufügen. Okay. Die Lampe hätte ich da lassen können. Ja, die setzt sich auch wieder hin. So, und das heißt, unsere Bleiplatten wandern jetzt hier runter. Und haben da in der Form alles im Griff. So, hier haben wir noch ein Lötligierung. Die könnten wir dann hier mit einbringen. So. Da haben wir noch ein Strommast hin. Und zack. Da kommt dann alles noch rein, was wir ein Lötligierung haben. Hier haben wir noch ein bisschen Harz in der Tasche. Schön. So. Da hinten ist ein weiterer Angriff. Wir gucken jetzt mal, was wir an Motoren haben. Dann können wir uns die ersten Flammenwerfer-Türme bauen. Wo habe ich da hinten? Da habe ich die Motorproduktion gebaut. Die sind nach wie vor am Arbeiten. 23. 24. Da haben wir noch einen. Und dann könnten wir unsere Außengrenzen ein wenig erweitern. Und da hinten. So. 25 Motoren. Militär. Das heißt, wir könnten rein theoretisch 5 Flammenwerfer-Türme bauen. Dafür fehlt uns aber ein bisschen Eisen. Zack. Perfekt. So. Mauern haben wir noch ein paar im Inventar. Wir wollten aber oben auch noch eine Mauerproduktion bauen, weil wir werden mit Sicherheit noch mehr Mauern brauchen. Rumpel, 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 Rumpel. Und da ruckelt es ganz kurz. Das kommt immer wieder mal vor. So. Ein B-Lader hätte ich gerne. Wir gehen in der Forschung weiter. Das müssen wir auf jeden Fall forschen. Das heißt, Chemikalienverarbeitung. Forschen. Das ist unsere Materialversorgung. Wo ist der Belader, den ich gebaut habe? Ich habe keinen Belader gebaut. Ach, der ist noch in Arbeit. Okay. Belader. Einer. Ich habe mich schon mit Greife aber dran machen. 1, 2, 3. Dann das Ganze noch mal hier Output mäßig. Zack, zack. Und so. Dann machen wir hier eine Stahlkiste hin. Damit wir da genug Kapazität haben. Und sagen, wir nehmen hier Militär Steinmauer, bitte sehr. Militär, bitte sehr. So und so ist die Anlage angeschaltet. Wir warten kurz, bis sie fertig ist. Weil ich denke, wir werden genug Ziegelsteine haben für unsere Zwecke erstmal. Und jetzt kommt der Belader. Zack. So. So, da kommen die Steine. Und hier kommt in die Stahlkiste in die Mitte. Perfekt. So. Wir flitzen mal hier rüber. Wir wollen uns nämlich bald von der Kohle lösen. Und erweitern mal hier in die Richtung. Jetzt sollten wir auch mal schauen, wie das sinnvoll wäre. Wir gucken mal ganz kurz auf die Mappe. Ich würde gerne hier senkrecht runter. Oh, ein Turm ist in den Kampf verwickelt. Sagen wir mal so. Ziehen wir hier mal eine Mauer runter. Ich würde gerne auch ein bisschen schneller laufen können. Oh, ein Stein. Und die nächste Forschung ist fertig. T. Siliziumverarbeitung forschen. Das ist natürlich jetzt auch ein Quantensprung, den wir forschungstechnisch machen. Vor allen Dingen, wir forschen schneller, als dass wir unsere Sachen überhaupt aufbauen können. Aber wir wollen jetzt auch erst mal ein bisschen Verteidigung haben, tatsächlich. So. Die Mauer steht. Und oben ist ein weiterer Angriff. Und noch kommen wir ganz gut zurecht. Wobei die Beißer Evolution auch bei fast 36 Prozent ist. Ups, das war ein bisschen over the top. Top, stop, zack. So, hier ist schon mal zu. Jetzt haben wir da unten so eine Landzunge. Und die habe ich tatsächlich in dieser einen Folge, wo ich keine Tonspur hatte, ein bisschen... Warum habe ich nur 27 FPS? Erkundet. Um dann festzustellen, dass wir da... Nicht eine komplett frei begehbare Landzunge haben. Aber zumindest die Möglichkeit haben, hier unten jede Menge Land mit relativ wenig Mauer uns zu eigen zu machen. Und ich werde jetzt da oben an der Stelle, also hier so in dem Kartenbereich, auch mal eine Mauer rüberziehen. Dass wir da ein bisschen mehr Land gewinnen. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Da oben ist ein weiterer Angriff. Und da sollten wir auf jeden Fall verteidigungsmäßig ein bisschen was machen. Alien-Artefakte sind erst mal uninteressant. Und hier sind harte Kämpfe. Ich kann hier ganz gut erkennen, dass hier an der Stelle immer viel gekämpft wird. Jetzt will ich mal einen Turm reparieren. Und wir ziehen eine Mauer. Dann könnten wir vielleicht da hinten dieses Popmonium-Feld erst mal ausräuchern. Munition und Granaten sollten wir noch haben. So, und hier haben wir dann noch die Stelle, um die Möglichkeit uns ein bisschen zurückzuziehen. Ein bisschen mit Granaten kämpfen. Und weil die Granaten gegen die Gebäude nicht viel ausrichten können. Aber hier haben wir Infinite oder Infinite Popmonium. Das heißt, da könnten wir dann so viel Material abbauen, wie wir dann wollen. Das wird irgendwann ein bisschen weniger, was man dann noch rausholt. Aber man kann dauerhaft da Material bekommen. Das finde ich sehr, sehr gut. So, Schleifen. Schleifen brauchen wir, glaube ich, nicht. Lasergewehr. Lasergewehr. Okay. Das finde ich cool. So, was brauchen wir weiterhin? Wir brauchen weiterhin Schwefel. Prozessierung. Prozession. Und wir bauen hier fleißig ab. Und machen uns mal wieder nach Hause. Also wir werden uns nach und nach das Gebiet da in der Richtung erschließen. Also hier von dem See dann da wieder senkrecht runter. Hier diese vorkommen, werden wir uns mit unter den Nagel reißen und dann mal so langsam expandieren. So, hier ganz kurz durch. Das können wir dann wieder hinstellen. Wieso? Achso, ich habe da hinten Mauer noch gebaut. Klar. So, da oben sind, toben weitere Kämpfe. Und wir gucken jetzt mal unten bei unserer Ölversorgung, dass wir einen Brennstoff bekommen, der der Flammenwerfer würdig ist. Während wir weiter forschen. Rumpel, rumpel, rumpel. So, und das ist die ganze Bleigeschichte. Hier sind wir noch in dem Teil, der funktioniert. Während wir hier in dem Teil sind, den wir eigentlich schon vollkommen vernachlässigen können. So, Wasserversorgung geht da hoch zu unseren Kraftwerken. Den sollten wir da auch behalten. Flammenwerfer schaden könnte man machen. Aber bevor wir nicht irgendwo Flammenwerfer stehen haben, brauchen wir das eigentlich nicht. So, Kunststoffe forschen. Wir können auch Kunststoffrohre bauen. Das ist auch sehr nett. So, hui, hui, hui. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Aufräumarbeiten. Und zwar werde ich hier wieder... Ich frage mich, ob es noch bessere Abbauwerkzeuge später gibt. Das ist halt blöd, dass man da jetzt so eine Industrieruine dann erst mal abreißen muss. Aber alles, was wir hier hergestellt haben, stellen wir jetzt drüben her. Von daher ist das alles sinnlos geworden. Genauso wie diese ganze Kohleverteilung, die wir hier gebaut haben. Und in dieser Quatsch... Ja, das bleibt jetzt erst mal so. So. Machen wir uns ein wenig Platz. Mit Baurobot haben wir das Ganze natürlich sehr viel angenehmer. Oh, und volle Kisten. Ich hasse es, volle Kisten abbauen zu müssen. Ganz viel Stein. Wir könnten... ...mal so ein, zwei Lagerhäuser bauen. Oder... Ja, pass auf. Da müssen wir hin. Und... ...eine Stahl- und Eisenplatten kriegen wir hin. Oder was ist mit dir? Da ist Glas dran, okay. Und Stahl. Stahl können wir uns da aus der Kiste mal rausholen. Zack. Ein Lagerhaus. So, und dann werden wir uns das erste Mal um Flüssigkeiten kümmern. Und hier erst mal alles reinwerfen, was wir nicht brauchen. Geschützturm 2, Flammenwerfer behalten wir mal. Das kann alles weg. Das können wir uns dann bei Bedarf wieder da rausholen. Und da landet jetzt erst mal alles drin. Das können wir dann, wenn wir das dann später mit einem Belader in eine aktive Anbieterkiste schießen. Dann können wir das alles dann sortieren. So... Ich glaube, wir machen uns jetzt erst mal hier bei unserem Öl. Also hier haben wir ja unser Öl. Sollten wir uns eigentlich hier das Territorium jetzt erst mal sichern. für die ganze Raffinerie-Geschichte. Und da haben wir auch ein Gas vorkommen. Das ist sehr nett. Das machen wir noch ein bisschen gerade. So. Und dann fangen wir hier mal an zu raffinieren. Bevor wir jetzt hier eine komplette Rumbastelfolge haben. Wir kriegen hier raus Mineralöl, Fuelöl und Naphtar. Dann gucken wir mal, was kann denn ein Flammenwerfer. Halt die Granaten hätte ich gerne mitgenommen. So. Zack. Der kann Rohöl, Leichtöl, Schweröl und dieses Gelbe. Das heißt, wir gucken mal, Oil. So. Soil. Soil ist es nicht. Coil. Coil. Flüssig Treibstoff. Zehnmal Flüssig Treibstoff wird hergestellt in so einem Ding hier. Nein. In so einem Ding. Nein. Das ist das, was wir hier gemacht haben. Raw Gas, Crude Oil und Sulfuric Waste. Und das heißt, diese Sachen hier, die können wir erst mal gar nicht verwenden. Jetzt gucken wir mal. Sulfuric Waste. Hä? Gucken wir da nochmal. Raw Gas, Crude Oil und Sulfuric Waste Water. So, jetzt haben wir ja alle Rezepte, die wir mit Sulfuric Waste Water machen können. Und zwar, in einer Hydro Plant können wir aus Sulfuric Waste Water ein Schwefel, 20 mineralisierte Wasser und 70 Purified Water machen. Das bedeutet, wie heißt das Ding? Hydro Plant. Dann gucken wir doch mal, ob wir das schon bauen können. Hydro Plant. Dafür brauchen wir zwölfmal grundlegende Schaltungen, Eisenrohre, Stahlträger und Ziegelsteine. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt geht es hier wirklich ans Eingemachte. Eisenplatten nehmen wir mit, Stahl, Ziegelsteine. Hydro Plant. Da fehlt uns noch ein bisschen Stahl. Das kriegen wir hin. Dann können wir die ganzen Flüssigkeiten, die wir da rauskriegen, nach und nach weiterverarbeiten. So, während unsere Stahlproduktion nach wie vor steht, könnten die nochmal umstellen. Hatte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Isoliertes Kupferkabel, alter Schwede. Hier kriegen wir isoliertes Kupferkabel. Mit Gummi. Wo kriegen wir Gummi her? Äh. Hier bestimmt. Nein. Hier. Da. Gummi. Aus Harz. Harz können wir einschmelzen. Zu Gummi. Machen wir jetzt mal hier an eben jener Stelle. Schmelzofen. Haben wir hier irgendwo. Brennmaterial in der Nähe. Hier vielleicht. Und es ist arg dunkel hier. Ach komm, wenn man das jetzt mal so. Und hier schmeißen wir mal richtig Fettkohle rein. So, dann machen wir uns hier mal eine winzig kleine Gummi Produktion. So, dann können wir nämlich schaltungsmäßig das hier so steuern, dass wenn dieses Lagerhaus hier, sagen wir mal mehr als 40.000 hat. Na, dann sagen wir 20.000. Und dieses Gequietsche ist der Hammer, ne? So, wir brauchen... Brauchen eigentlich nur Kabel. Wir brauchen eigentlich nur Kabel. Wood Pellets, da kümmern wir uns dann gleich drum. Kabel, dafür brauchen wir nur isoliertes Kupferkabel. Das heißt, wir gucken einfach mal, wie viel Gummi wir schon haben. Und dann können wir die erste Verkabelung machen. Und ein bisschen was Intelligentes bauen. Kupferkabel. Kupferkabel haben wir hier. Ja, ja, nice, so. Isoliertes Kupferkabel, hör auf. Elektronik. Verzinntes Kupferkabel, ach blöd. Dann das und wir holen uns das hier. Einfacher. So. Zack, und wir machen uns Kabel in grün. Zack. Dann können wir unsere erste Schaltung hochziehen, was sehr, sehr cool ist. Dann kriegen wir das Ganze so ein bisschen intelligent hingelbastelt, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und da anschließen. Zack, 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 darüber. Dann an diesen Türmchen hier vorbei. Da, da und da. Inhalt auslesen. Genau. Und Forschung geht weiter. Uh, Luftfahrt. Dafür brauchen wir fortgeschrittene Elektrotechnik. forschen. So, unsere Stahlproduktion läuft wieder. Und hier machen wir jetzt Bedingungen zur Aktivierung. Was sind unsere Eisenplatten? Hilfe. 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 Autosave. Autosave. Normalerweise hier. Aber irgendwie auch nicht. Warte mal. Resource Refining ist es nicht. Es ist dann, wenn Metallurgie, glaube ich. Nein. Casting. Da ist es. Eisenplatte. So. Bedingungen zur Aktivierung, kleiner und dann 20.000 festlegen. Das heißt, sobald wir in unserem Lagerhaus unter 20.000 Eisenplatten fallen, fangen die Greifarme wieder an und produzieren wieder Eisenplatten nach. Und jetzt im Moment sind wir hier bei der Stahlproduktion. So. Haben wir schon Hydroplant gebaut. Nein, weil es uns an Stahl fehlt. Nehmen wir mit. Hydroplant. Los geht's. Clarifier. Was ist denn? Helps you to get rid of all the water you don't want. Das nehmen wir auch mal mit. Und dann schauen wir mal, ob wir da nicht eine lustige Raffinerien gezaubert kriegen. Und hier diese Anlage ist komplett außer Funktion, weil hier nichts mehr ankommt. Und weil hier nichts mehr ankommt. Genau, das ist eigentlich auch komplett sinnlos geworden hier. Das heißt, wir könnten hier zumindest schon mal ein bisschen Weg pflastern. machen wir später. Machen wir später. Machen wir später. Manch alles gleichzeitig. So, aufgepasst. Hydroplant. Das sieht abgefahren aus. und wir haben irgendwas verloren wir haben dann geschützt und verloren das ist schlecht und da hinten der sieht auch schon ziemlich gut damit raus ok prioritäten ändern sich sekündlich da hinten ist auch wieder ein angriff wir haben halt auch das problem dass wir hier noch keine automatische reparatur haben was für uns bedeutet dass wir hier keine geschütztürme dabei haben verdammt militär geschützturm können wir natürlich nicht bauen hervorragend die mauern sind nur wenig angekratzt und ich mag diese verschiedenen geräusche die wir in den verschiedenen produktionsstätten hier haben so hier war irgendwo unser lagerhaus wo wir alles reingeworfen haben alles rein gefeuert da das schrott lagerhaus so geschützt von zwei und da hoch bitte das müssen wir mal eben vorher machen so und ich denke in sachen refining wird es noch richtig spannend hier ist irgendwo einfach da jetzt ein geschützturm mit zwei hin ja genau so habe ich mir das nicht vorgestellt und uns bitte die roten handfeuerwaffen munition was für ein schwachsinn die kann man da noch verteilen aber der nimmt jetzt erstmal die hartkommunition hat einen größeren radius als die anderen leicht und macht mehr schaden und dürfen wir da diese situation endentzerrt haben endentzerrt was ist das elektrolyseur alter schwer laser technik elektromotor ich glaube das nächste wird der elektromotor sein ich bin mir aber nicht sicher deswegen schauen wir nochmal nach bauroboter wo sind denn die bauroboter luftfahrt nehmt von luftfahrt genau elektromotor und dann haben wir es bald dann sind wir bald forschungsmäßig auf dem stand dass wir theoretisch bauroboter bauen können in der praxis werden wahrscheinlich 1000 anlagen brauchen die uns erst mal ermöglichen dass wir überhaupt da was in der richtung bauen können das war klar so das brauchen wir noch mal eins höher so sulfuric waste water purification oder auch in dings bums 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 so das schließen wir noch an wir machen mal ein paar rohre die können dann hier hoch und da vorbei und da dran so das kann weg hält möchte da kein krempel abbauen sondern das auch nur hier anschließen so der hat noch keinen saft jetzt schon und hier sammelt sich zeug das dauert ein bisschen bis wer da auf 100 sind wir können gar nicht auf 100 kommen weil das da noch irgendwo hin transportiert werden muss das machen wir erst mal so so rockers dieses rockers können wir auch umformen mit diesem ding da haben wir einen tank können wir es wird auch nicht übersichtlicher so jetzt mal so im ernst da wir bauen jetzt mal einen tank und dann können wir den erfolg knallen mit diesem sport rockers und hier ist natürlich auch schon alles voll was ist das okay das geht so nicht das geht so nicht wir müssen das anders aufziehen wir müssen das viel viel besser auf jeden fall aufziehen wir brauchen oil und gas separatoren da können wir jetzt schon mal gucken ob wir da schon mal was bauen können damit wir in der nächsten folge ein bisschen vorbereitet sind liquifier ist es nicht elektro leise ist es auch nicht steam cracker und gas separator da brauchen wir jede menge eisen das wollen wir uns schon mal und dann würde ich da schon mal quasi die schluss worte formulieren wie es eins der große philosoph tat nämlich vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal macht's gut bis dahin ciao ciao